Hallo WPU! Ich wollte mal kurz über meine GAMO berichten, die heute endlich angekommen ist. Ich hatte mir eine GAMO bestellt und zwar die Hunter 440 AS. Ja, so sieht das gute Stück aus. Verarbeitung gefällt mir richtig gut. Schönes Buchenholz. Tadellos, nicht zu dunkel, nicht zu hell, wie ich finde. Dann hier die Fischhaut am Pistolengriff. Der Abzug, der Bügel ist aus Metall, der Abzug selber ist aus Kunststoff. Hat einen relativ kurzen Vorzugsweg. Dann haben wir den Haltepunkt hier vorne und dann etwas den Druckpunkt überwinden und dann löst sie schon aus. Die Sicherung ist hingegen, also gegen andere Waffen, nicht automatisch. Für mich kein Nachteil. Ich finde es gar nicht so verkehrt. Wenn man sie sichern möchte, dann kann man sie einfach hier sichern und dann dementsprechend entsichern, manuell eben. Ja, hier auch, also die Maserung vom Holz und sowas. Gefällt mir richtig gut. Auch hier vorne Fischhaut. Ja, montiert habe ich ein 3 bis 9 mal 40 ZF, was ich noch liegen hatte, mit beleuchtetes Absehen. Passt gut da drauf. Ja, die Augen auch mal ein bisschen. Gamo Hunter 440 Schriftzug. Die Trugliovisierung. Ja, hier schön, finde ich auch. Bisschen eigenartig auch. Dieser Lauf, also gezogener Lauf, dieser Lauf ist allerdings Kunststoff ummantelt. Das ist richtig dick hier. Also das ist Wahnsinn. Ich habe, wie gesagt, alle Waffen in so Halterungen stehen und diese Halterung umfasst den Lauf nicht. Da krieg ich den gar nicht rein. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ist auch natürlich sehr gut beim Spannen. Das Spannen ist natürlich Gamo mäßig etwas schwieriger, aber jetzt nicht so, wie ich das gedacht habe. Hier haben wir dann auch noch, wenn ich es jetzt aufmachen würde, also beim Spannen ist ein Keilverschluss. Also ganz normal und dann eben, wo man das Diabolo einlädt. Das geht eigentlich alles problemlos. War auch jetzt nicht so unbedingt überwiegend stark eingefettet. So wie man das vielleicht von China-Waffen kennt. Also man muss nicht ganz so viel reinigen. Ja, wie gesagt, der Lauf. Und hier die Besonderheit von Gamo. Daher auch die Bezeichnung Hunter 440 AS. Das Kürzel AS steht für Air Striper. Und zwar hat Gamo das patentiert. Man sieht hier am Auslauf. Vom Lauf sieht man so 5 mm Spalte in etwa. Und dann kommt dieser sogenannte Kompensator. Das soll Folgendes bewirken. Der Druck hinter den Diabolo, also die Druckluft hinter den Diabolo, kann dann hier kurz, wenn das Diabolo austritt, seitlich entweichen. Das Diabolo wird dann hier weitergetrieben und dadurch soll die Flugbahn sich angeblich richtig gut verhalten oder stabilisieren. Wie auch immer. Ob es so ganz stimmt, weiß ich nicht. Gamo hat sich erst patentieren lassen. Sieht auf jeden Fall richtig dick, wuchtig aus. Auch hier vorne. Ja, von der Geräuschkulisse her ist sie dann natürlich etwas lauter als meine anderen Waffen. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass sie richtig knallt, aber die anderen sind auf jeden Fall leiser. Also ein kleiner Mini-Knall ist da schon zu hören. So ist das eigentlich hier. Ja, ansonsten, ich habe die Waffe als Set gekauft. Hab dann noch, wie gesagt, wenn man dann 10 Euro mehr zahlt, bekommt man 100 Schießkarten, einen neuen Kugelfang. Mein alter, der war nämlich schon oder ist mittlerweile schon leicht demoliert vom ganzen Schießen. Deswegen kann ich das gut gebrauchen. Und man bekommt noch zweimal von H&N die Exide Econs dabei. Also der Gesamtwert übertrifft eindeutig die 10 Euro. Und die Waffe kostet ansonsten so 139 Euro. Also ich finde, ich habe sie woanders für deutlich über 200 gesehen. Also ich finde es eigentlich ein richtiges Schnäppchen. Hoffe, dass ich da einigermaßen mit zufrieden bin. Ja, wir werden dann sehen, wie das dann so ist bei den Schießergebnissen. Ja, achso, ansonsten habe ich, wie gesagt, vielleicht 25, 30 Schuss weg in etwa. Bis jetzt ein bisschen auf Dosen geschossen, um zu sehen, wie kräftig sie ist. Also sie macht eigentlich einen richtigen kräftigen Ausdruck. Ich denke, dass sie die Schulzahl vielleicht ganz knapp unterbietet. Sieben in Dreh rum, schätze ich, wird sie sein. Das werde ich dann vielleicht in ein paar Wochen beim Nobby mal testen, wie viel Schul sie jetzt hat. Im Endeffekt. Ja, eingeschossen habe ich sie auch schon so ein bisschen, wie man sieht hier auf der Karte. Also ich musste eigentlich nicht viel einstellen. Das war der erste Schuss. Dann habe ich das Glas, wie gesagt, höher gestellt. Und dann die anderen Schüsse sind eigentlich relativ ziemlich gleich. Ich hatte auch ein paar Mal Loch im Loch. Ja, kann man glaube ich bei der hier gut sehen. Noch leicht versetzt. Ja, dann habe ich noch ein paar Klicks höher gemacht. Jetzt bin ich hier. Vielleicht muss ich noch ein bisschen was weniger machen. Also eigentlich ziemlich relativ für 8,50 Meter bis 9 Meter Abstand. Ja, man muss sich natürlich daran gewöhnen. Aber ich bin da eigentlich, denke ich mal, sehr zuversichtlich, dass ich damit gut klarkomme. Achso, die Waffe ist sehr lang. Also 1,12 Meter ist mit meiner längsten Waffe jetzt. Das Gewicht wird mit 3 Kilo angegeben. Auf der Verpackung steht allerdings 2.500 Gramm. Weiß ich nicht. Vielleicht mit Glas 3 Kilo. Also sie wirkt jetzt nicht so extrem schwer. Also so ist es jetzt definitiv jetzt nicht. Okay. Alles klar. So viel mal eben kurz zu der Gamo Hunter 220 AS. Ich bedanke mich. Tschüss, euer Schläuper. Ah, okay. Vielen Dank.